2 noch ein bis zwei davon Warnung keine Überheizung kann schnell zu stehen kann sein Job behalten ich bin ja kein Monster einfach nicht hin und teste weiter das so ich verstehe nicht ich bin grad völlig überfordert was ich machen soll äh Moment äh da ist was ah ah ich verstehe glaub ich und Schluss da will ich mich jetzt erstmal drauf genau so die Frage ist was aktiviert jetzt was das ist ganz spannend was aktiviert denn das hier das könnte interessant werden okay jetzt kommt zwar einig aufs Timing an heiß ich muss erstmal komplett hier hin äh äh also halt erst doch ist richtig ähm da so und jetzt muss ich nämlich das Ding aktivieren geht durch ich stopp oh scheiße jetzt theoretisch ist gleich nochmal oder ja ja theoretisch ist gleich nochmal äh was ist das bing so ich möchte auch vorsichtshalber ganz ehrlich äh auch mit drauf sein da ist zu viel wie ich will mal eben da hoch danke damit hier nichts mit den Würfeln passiert ähm so und jetzt den ganzen Scheiß das ist ja noch mal das 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 stopp 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 oh Gott bin ich bumm oh Gott Leute fail 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 ah ah meine Skills ist morgen zu früh eh scheiße wo auch gut der hat hier gespeichert viel viel dank viel viel dank dafür äh dafür hat sowas gut bei mir spielen stopp danke danke ähm kurze Frage wohin muss ich überhaupt mit den Würfeln oh oh ich Idiot oh ich verdammter zurückgebliebener Idiot ich boah leck es ist echt hemmlich Leute so, oder? ne Moment ähm wenn der so ne Moment, wo kommt der denn? der Strahl äh, Moment das hab ich schon wieder nen Denkfehler äh, von wo soll der Strahl denn kommen? von ach, ich bin so dämlich ok, ich hab's verstanden ich hab's jetzt, endlich okay, ich hab's seals ich hab's nicht hör'ü So, ja, sorry, dass ich gerade so still bin, ich hab's aber jetzt. Okay, immer noch nichts zu weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Hm, cool, Fahrstuhl schmolzen. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter, keine Ahnung wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Und vor allem rechts kommt etwas, was ich für mich noch denn... Oh Gott, schnell, 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 gerade nicht her! Gibt's dir gut da hinten? Warte, ich stelle den Strahler! Warte, 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 oh nein, 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 das ist gar nicht gut! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich Ihnen angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme töten? Fuck! Tolle Sache! Einfach mal, während du rüberläufst, einfach mal stehen bleiben mitten in der Luft ist eine Scheiß-Idee. Ja, Scheiß-Idee. Nein, 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 das ist gar nicht gut! Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Ah, mal schauen. Okay. Weiter geht es. Wir kommen voran. Ha! Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Hm. Sehr schön. Danke für den tollen Ausgang. Bing. Sehr gut. Weiter geht's. Moment mal. Gut. Sorry. Sorry. Leute, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann, nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Geht, geht das immer wieder weg? Ich kann durch Portale gehen. Hm. 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 Ich brauche eindeutig Cubes. Frage ist, wie komme ich da hoch? Das ist eine gute Frage. Gucke ich mal eben, was da hinten ist. Rein gar nichts. Rein gar nichts.